Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3, heute im Hauptmenü aus der Kampagnenauswahl. Jo und heute nehme ich etwas länger auf und wir werden die Kampagne fortsetzen. Aber erstmal gucken wir uns diesen wunderschönen Ladebildschirm an. Der wirklich wunderschön ist. Den haben wir ja letztes Mal sehr oft gesehen. Ich hoffe doch diesmal nicht. Aber hoffen und werden könnten ist immer so eine Sache für sich. Aber das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, ehe es geladen ist. Bla bla bla. Jo. Jo. Äh da 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 da. Ah. Gut. Jetzt kommt bestimmt, oder? Doch nicht. Oh, das ist die Mission. Und weg da. Hat mich da jetzt nicht. Woow. Woow. Oh Nein! Komm, halt den Kopf raus. Da will er sein. Okay, gesichert. Gehen wir. Jo. AKS 74U Er gibt jetzt alles einen Sinn. Cole will Al-Bashir persönlich ergreifen. Er ist schon seit Jahren Captain und will den Obermotzen zeigen, dass er es noch drauf hat. Er ist scharf auf eine Beförderung. Elender Rauschkirche. Blackburn, Capo, hier drüben. Hallo. Sind 200 Meter vom Zielgebäude entfernt. Müssen nur noch durch das Kaufhaus. Bereit? Yes, Sir. Und jetzt? Und jetzt? Ich bin da. Wer noch? Wenn die Kacke am Dampfen ist, Wieso backt denn jetzt der Sound so? So. Okay. Blackburn, Capo, ihr überwacht den ganzen Ablauf von diesem Dach hier aus. Wir treffen uns danach am Kaufhauseingang. Okay. Wir haben jetzt Al-Bashirs Standort bestätigt. Wir dürfen erschießen. Definitiv nicht. Wir brauchen Al-Bashir lebendig. Wegen seiner Infos über die Bomben aus der Bank. Ich will nicht, dass die Sache so endet wie bei Bin Laden. Verstanden? Alles klar. Packen wir es an. Alles? La 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 la. La 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 la. 1-4. 1-3 geht in Position. Verstanden. Gehen jetzt los. Geht Deckung berichtet. Out. 1-3 in Position und bereit. Over. Mhm. Danke. Ich weiß. Scheiße. 1-4 auf der Straße. Rück vor. Nehmt die Ecke links und bringt uns durch. Gebiet ist sicher. Vergesst das. Scheinwerfer. Fahrzeug kommt auf euch zu. Alles okay. Geht. Alles okay. Geht weiter vor. Zwei Apartments im Erdgeschoss mit vermehrter Aktivität. Nehmen uns zuerst das linke vor. Merkowitsch. Nimm einen Mann und bleib draußen. Gebt uns Deckung. Kennung 1-1. Verstanden? Verstanden. Brechen gleich auf. Halte Blattgranaten bereit. Blattversuch. 1-3. Hier 1-1. Auf jeden Fall. Wir sehen hier unten rein gar nichts. Verstanden. Wir geben euch Deckung. Rechte Seite. Erdgeschoss. Ach so. Zack. Zack. Sie nach rechts. Die großen Winter. Bräng das Team dahin. 12 Uhr. Obere Stockwarte. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Rundschoss. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Hm. Scheiße, das war knapp. Schütze unten rechts. Kiebeldach. Siehst du ihn? Alter, so. Folter. Folter. Scheiße, komm, Scheiße, komm, Scheiße. Sieh zu, endlich nicht. Zunächst, wie kommt schon? Wie kommt schon? Schnell. Lass mir rollt an. Linke Gebäude, Seite. Knall ihn ab. Fuck. Noch mehr Feinde. Scheiße. Sie kommen auf uns zu. Auf den Pausenhof. Knall sie auf. Irgendwo ist hier ein Schütze. Schluck dir den Huchen so um. Schnell. Schnell. Hier, 1, 2, 1. Geht uns Deckung. Deckung. Fahrzeug kommt von rechts. Ähm. Greif das Fahrzeug an. Stehen unter direkten Beschuss. Beschuss. Alter. Alles nächstes. Achso. Schnell. шь. св. hier. girls. Yah. ja wochen war ja ja fick dich da Leute, das ist nicht euer fucking...